Moin, ich bin Karolin und ich bin seit ungefähr dreieinhalb Jahren Mitglied hier im 1910 e.V. Ich habe angefangen, mich hier zu engagieren mit dem Aufbau der Kiezbeben-Ausstellung und der langen Nacht im Museen, bis es dann mal so eine Initialveranstaltung für mich gab. Das war an einem Wochenende im Sommer eine Pop-up Weinbar hier des Museums an der Sichter-Millern-Tour-Gallery, wo ich das erste Mal in meinem Leben hinter dem Tresen bestanden habe und das mit super tollen, netten Leuten zusammen, sodass ich irgendwie gar nicht so umhinkam, dann hier auch in der Spieltanz Weinbar aktiv zu werden. Nebenbei mache ich auch noch in der Female-Gruppe des Museums mit, habe mich engagiert in der Satzungskommission, um unsere neue Satzung auf den Weg zu bringen. Ja, und ich würde mich freuen, euch alle mal hier in der Weinbar begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund!